Hallo und herzlich willkommen bei HotStockFlow. Im heutigen Video habe ich wieder zwei Aktien aus den Bereichen der Emerging Markets dabei, nachdem das letzte Video dazu doch relativ gut ankam. Als allererstes habe ich die BHG Group oder auch BHG Group, wie man es auch immer nennen mag. Die haben momentan eine Market Cap von 2,25 Milliarden US-Dollar, umgerechnet eben von schwedischen Kronen. Das heißt, kann natürlich auch immer durch den Wechselkurs ein bisschen schwanken und die sind eine Art Dachorganisation für den Heimworkermarkt oder den Do-it-yourself-Markt mit Fokus auf Online-Verkäufe oder quasi E-Commerce. Wie sieht das Geschäftsmittel aber von der BHG Group genau aus? Das Ganze unterteilt sich in zwei Bereiche, nämlich einmal Do-it-yourself, also Heim- und Handwerkerbereich und dann noch den Home-Furniture, also Möbel- und Einrichtungsgegenstände, was so Richtung IKEA geht. Man hat hier auch mehr als 100 Webseiten unter seiner Führung, wo also quasi Kunden auf einen treffen können. Zugleich auch noch im ersten Quartal 2021 waren es circa 3,6 Millionen Bestellungen und man ist auch in nicht ganz 25 Ländern aktuell vertreten. Das Portfolio umfasst neben den hunderten von Webseiten, was man hier inne hat, auch noch mehrere tausend Marken, was man eben zur BHG Group zählen kann. Hier sieht man ein paar Unternehmer oder quasi ein paar Webseiten, die zu diesem Unternehmen gehören, wie eben die Stone Factory, wie Polarpumpen, das sind sowas wie kleine Pools oder quasi Gartenpool-Anlagen, dann Furniture-Box, also wirklich breit gemischt. Und man ist hier eigentlich ein reines E-Commerce-Unternehmen, das heißt man hat hier keine stationären Läden, man hat zwar mehrere Ausstellflächen, also ungefähr so 80 Stück, wo sich die Kunden das anschauen können, aber so Verkaufsflächen wie jetzt einfach Hornbach oder Thom Baumarkt, das haben die alles nicht. Des Weiteren hat man auch noch eigene Marken und dann eben fungiert man hier auch noch als Zwischenhändler. Das hat wiederum den Vorteil, man ist dann quasi eine Art Marktplatz und braucht auch nur ein bedingtes Inventar. Ein weiterer Vorteil von einem Geschäftsmodell ist natürlich auch der, dass sobald der Käufer ein Produkt auf der Webseite kauft oder auf einer der Webseiten sofort bezahlt, hingegen quasi, da man ja nur ein Zwischenhändler ist, man nicht automatisch gleich das Geld an den Verkäufer weiterreicht, das heißt man hat hier immer kurzzeitig dann, sagen wir so 14 bis 30 Tage quasi liquide Mittel zur Verfügung, die man nicht gleich weiterreichen muss. Man sieht ja auch vom Kundenwachstum, dass das definitiv stark angestiegen ist, ist natürlich auch bedingt durch die Corona-Pandemie, denn viele Baumärkte waren geschlossen, nichtsdestotrotz man war daheim, wusste nicht, was man machen soll, da haben viele einfach im Garten geschaut, ob sie irgendein Blumenbeet anlegen oder sonstiges, von dem wir hier sehr starkes Wachstum mit 67% und des Weiteren sieht es auch noch so aus, dass man hier relativ geringe Marketingkosten hat, beziehungsweise das, was die Kunden ausgeben, übersteigen die Marketingkosten erheblich, somit ist das Ganze auch hochrentabel. Bezüglich der Strategie verfolgt man hier vier Bausteine. Als allererstes natürlich mal sein bestehendes Portfolio nach wie vor auszubauen und einfach seine Marktposition zu sichern. Man möchte ja auch noch zusätzliche Marken oder quasi auch Produktkategorien mit aufnehmen, dass man einfach noch mehr Kunden anspricht. Zugleich soll es aber auch so sein, dass das Einkaufserlebnis sehr angenehm gestaltet wird, denn gerade im Bereich E-Commerce oder quasi wenn man sowas online kauft, dann ist es in dem Bereich natürlich schon wichtig, dass der Kunde genau weiß, was er einkauft, denn es ist definitiv schwieriger mal in den Pool oder halt irgendein Pavillon zurückzuschicken, als jetzt ein simples T-Shirt oder ein paar Schuhe. Folglich versucht man hier eben auch als vierter Baustein dem Kunden einfach bestmöglich zur Seite zu stehen, die Fragen optimal zu beantworten und einfach einen guten Service zu garantieren. Da die BHG Group quasi nur ein Überunternehmen ist oder halt eine Dachorganisation, übernimmt man hier stetig weitere Unternehmen. In letzter Zeit gab es ja auch wieder drei Stück, nämlich IPA, dann die HFA Bathroom Group und zuletzt eben noch Svenson. Diese Unternehmen erzielen auch bereits im Millionenbereich ihre Umsätze, von dem her auch keine kleinen Unternehmen mehr und gehen auch wieder in verschiedene Richtungen, nämlich bei zwei Unternehmen das Do-it-yourself-Segment und bei dem anderen wieder Richtung Einrichtungsgegenstände. Man verfolgt ja auch verschiedene Ziele oder quasi hat verschiedene Absichten durch die Übernahme dieser Unternehmen. Maßgeblich ist natürlich der Faktor einfach, dass man seine Marktposition sichert oder einfach neue Produkte mit ins Segment aufnimmt, mit ins Portfolio und zugleich natürlich auch noch neue Kunden dadurch gewinnen kann. Das Ganze ist eigentlich oftmals so das Schema einfach von der BHG Group, dass man hier zahlreiche Unternehmen übernimmt, hat natürlich auch zur Folge, dass hier erhebliche Ausgaben oftmals zu Buche stehen, da natürlich auch diese ständigen Übernahmen doch recht teuer sind. Bei der Fünfjahresentwicklung sieht man auch, ich habe wieder zwei Schätzungsjahre mit reingenommen, aber im Großen und Ganzen entwickelt man sich hier recht solide, wobei man auch schon Gewinne erzielt seit längerem. Im Bereich des Umsatzes ist man so mäßig wachsend, wobei man das wirklich hier ausrechnet, quasi die jährliche Wachstumsrate von 2018 bis 2022, kommt man so auf etwa mehr als 20%, was ich finde ich vollkommen in Ordnung ist und natürlich auch noch interessant zu sehen, aktuell erzielt man oder hat zumindest 2020 einen Umsatz von einer Milliarde und 2021 wird sogar 1,4 geschätzt. Das heißt, man hat hier einen KUV oder quasi einen Market Cap zu Umsatz von weniger als 2, was ich bewertungstechnisch eigentlich relativ günstig finde, zumal man hier eben auch schon profitabel ist, wenn auch jetzt der Gewinn eben von 2021 bis 2022, ähnlich wie beim Umsatz, nur noch mäßig wachsen soll. Bezüglich dem Markt habe ich mir einmal eben den Umsatz angeschaut für den Do-It-Yourself oder halt quasi den Bau- und Heimworkermarkt im Bereich Europa, bezogen auf den E-Commerce-Bereich angeschaut. Hier sieht man schon, aktuell werden hier in Europa ungefähr 600 Milliarden Euro erzielt. Zugleich sieht man aber auch, dass es eher mäßig wachsend ist, wobei eigentlich die große Chance nicht wirklich vom Markt selber kommt, da der jetzt nur mäßig wachsend ist, sondern es ist eigentlich eher aus dem Bereich, dass gerade in den nordischen Regionen oder allgemein noch relativ wenig Umsätze im Bereich E-Commerce für diese Branche erzielt wird. Also es wird einfach nur viel im Laden gekauft und nicht wirklich online, denn momentan hat man da ungefähr so 15%. Ich denke, das wird jetzt auch nie so die 50, 60, 70% erreichen, aber zumindest was das angeht, 15%, da ist noch Luft nach oben, von dem her kommt da eigentlich auch großes Potenzial mit. Als zweites Unternehmen habe ich Medpeer und während hingegen jetzt die BHG Group ein schwedisches Unternehmen war, geht es diesmal ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich geht es jetzt hier nach Japan. Medpeer ist so eine Art Online-Plattform oder quasi Social Media für Doktoren und Ärzte und zugleich auch Pharmafirmen, wobei man hier schon wirklich eine große Infrastruktur oder quasi ein großes Netzwerk erstellt hat, weshalb das Ganze eigentlich auch relativ spannend ist, gerade durch die ansteigende Digitalisierung durch Corona. Vom Geschäftsmodell hat man hier zwei Bereiche, die wiederum unterteilen sich dann in insgesamt drei Bereiche. Zum einen eben die Doktor-Plattform, da gibt es sowas wie Medpeer, da können sich Doktoren austauschen, quasi inform, welche Medikamente sind gut, welche sind schlecht, bezüglich eventuell Symptome kann man sich austauschen, also quasi einfach so eine Art Weiterbildungs-Plattform und somit ähnlich wie so eine Social Media-Plattform, wo man einfach wirklich dann von Arzt zu Arzt ein bisschen plaudern kann und sein Wissen erneuert. Des Weiteren ist es aber auch noch so, dass hier Pharmafirmen quasi ihr Marketing betreiben können, einfach dann den Ärzten bewerben, hey, wir haben ein neues Medikament auf den Markt gebracht, versuch das doch mal, es ist echt gut und so weiter und so fort, denn wo ist denn natürlich Pharma-Marketing am effektivsten, wenn nicht direkt beim Doktoranden. Auch hat man hier noch so eine Art Recruiting-Bereich, also quasi wenn Krankenhäuser oder andere Bereiche einfach einen Arzt suchen oder ein Arzt wiederum auf Jobsuche ist, kann man hier auch zusammenfinden, von dem her schon recht umfassend. Dann gibt es noch die Primary-Care-Plattform, was jetzt eher im Bereich für Kliniken bezogen ist. Das ist dann wiederum sowas wie Medikamenten, Verschreibungen, Terminbuchungen, also quasi dann einfach die Verbindung zwischen Doktor oder Klinik und dem Patienten und dann zu guter Letzt eben noch die Healthcare-Solutions. Da hat man auch verschiedene Lösungen gefunden oder bietet man die an. Als Beispiel eben Diet Plus, das sind so Diätpläne für den Kunden einfach oder für den Patienten für einen gesünderen Lebensstil. Man hat hier auch eine App entwickelt, die dann die Schritte zählt oder quasi wie aktiv man ist. Man erhält hier dann auch kleine Belohnungen, also eher was für den Alltag, dass man einfach quasi seinen Lebensstil oder allgemein, wie man mit seinem Leben umgeht, gesünder gestaltet. Die Geschäftsmodellbereiche sieht man hier schon, möchte man verschieden skalieren. Momentan ist Primary Care, also quasi dieser klinische und ärztliche Bereich, noch relativ klein. Der soll aber in der Zukunft einer der größten oder sogar der größte Bereich des Geschäftsmodells werden. Wenn dann jetzt gegen eben Medpeer oder quasi dieser Grundbaustein schon relativ groß ist, aber in der Zukunft nur an Platz 2 stehen soll. Und zu guter Letzt eben noch das Preventive Healthcare, also diese Diätpläne und Ernährungshinweise etc. Die sind noch verhältnismäßig klein und spielen im Geschäftsmodell auch nur eine Nebenrolle. Interessant ist aber auch, dass man eben von 2020 bis 2023 seinen Umsatz nahezu verdreifachen soll, was durchaus ein starkes Ergebnis ist. Zumindest wenn das Ganze oder halt die Schätzungen so eintreten. Dieser Doktorenbereich, einfach um es ein bisschen näher zu bringen, unterteilt sich in verschiedene Bausteine. Zum einen gibt es hier eben Medledge, was so eine Art Grundwissen einfach für die Doktoren ist. Man hat hier dann wie so eine Art Quiz oder kann einfach quasi Fragen beantworten, um da einfach sein Wissen in einem kurzen Zeitraum zu erneuern. Und Medpeer Channel, da können quasi so Firmen oder halt Leute, die diese Dienste anbieten, quasi ihren eigenen Bereich erstellen, wie so eine Art Webseite oder ähnlich wie bei Facebook. Einfach so eine, ja, dass man sich einfach präsentiert auf deren Webseite und einfach Kunden auf einen aufmerksam werden. Hier auch nochmal ein bisschen detaillierter. Man hat hier mehrere Experten, die einfach quasi klinische Fragen oder Fragen der Ärzte beantworten. Der Medpeer Channel habe ich ja schon besprochen gerade. Des Weiteren hat man dann auch noch quasi einen Diskussions- und Bewertungsbereich bezüglich Medikamente. Einfach um zu sehen, welches Medikament ist gut, welches ist schlecht. Dass man einfach seinem Kunden oder quasi, dass der Doktor seinem Patienten auch die bestmögliche Behandlung schafft. Dann das Forum, wo sie sich einfach austauschen. Bezüglich der App-Downloads oder quasi der Kunden sieht man schon auch, dass das erheblich angenommen hat. Denn während es im ersten Quartal 2020 hier noch relativ niedrig war, sieht es im zweiten Quartal 2021 schon deutlich größer aus. Man hat hier zwar keine Zahlen genannt, aber wenn man zumindest den Balken hier glauben mag, dann ist es zumindest doch ein erheblicher Anstieg. Und auch in den Medikamentenverschreibungen hat das Ganze erheblich zugenommen. Von dem her wird das Ganze schon von der Gesellschaft angenommen. Zugleich ist es auch noch hier so, dass bereits 40% der Doktoren in Japan die Produkte oder quasi die Dienstleistungen hier von Medpeer in Anspruch nehmen. Von dem her hat man hier in seinem Heimatland sich definitiv schon ein großes Netzwerk aufgebaut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird denn überhaupt Geld verdient? Und auf jeden Fall sieht es so aus, dass die Doktoren hier quasi ihr Wissen online stellen. Einfach quasi sich untereinander austauschen. Wie eben gerade schon gesagt, so eine Art Social Media Plattform. Und diese Daten, was hier dann online gestellt werden, prüft dann eben Medpeer und gibt das Ganze weiter. Denn man hat hier verschiedene Kundenstämme. Zum einen eben die Pharmafirmen und zu guter Letzt auch noch die Hersteller von medizinischen Geräten, die wiederum von Medpeer einfach Informationen erhalten, was dann marketingtechnisch gerade gefragt ist, werden da unterstützt, dass einfach ihr Marketing optimiert wird, zahlen dann an Medpeer Gebühren. Des Weiteren auch noch Forschungsinstitute, die erhalten dann Daten einfach von der Webseite von Medpeer, zahlen dafür Gebühren. Oder auch eben Recruiters, also wenn Ärzte gesucht werden, dann erhält man auch die Info, wir hätten einen Arzt, der was sucht, der wäre für euch geeignet und dann zahlen die ebenfalls Gebühren. Von dem her hat man hier schon bereits viele Einkommensströme, durch die man einfach Umsatz generieren kann. Bei der Umsatzentwicklung sieht man auch, dass es eigentlich doch stark wachsendes Unternehmen ist. Denn 2018 waren es gerade mal 19 Millionen US-Dollar und 2022 schätzt man hier schon, dass man erstmalig im dreistelligen Millionenbereich liegt. Aber man sieht auch, 2020 waren es nicht ganz 48 Millionen US-Dollar und die aktuelle Market Cap mit 870 Millionen US-Dollar, von dem her KUV-technisch oder Market Cap zu Umsatz. Da liegt man etwas unter 20, also doch recht teuer, muss ich zugeben. Allerdings auch hier ist man bereits profitabel und ich persönlich finde es auch so, dass was das Potenzial angeht, hier eben bei Medpeer deutlich größer ist, wobei man natürlich auch dafür den entsprechenden Preis zahlt. Bezüglich der Marktgröße, der Marktchance, hat hier Medpeer selber einen Bericht erstellt, allerdings jetzt hier nur bezogen auf Marketing, wo natürlich auch große Chance einhergeht, da ja Medpeer hier teilweise auch tätig ist. Und das sieht so aus, dass man eben schätzt durch Covid-19 und quasi durch die aktuelle Pandemie, dass sich das Marketingverhalten immer mehr auf Online verlagert und so schätzt man, dass eben von Offline und Online das Ganze zwischen 1 und 1,5 Trillionen japanischen Yen liegen wird. Umgerechnet sind es so in etwa mehr als 100 Milliarden US-Dollar, von dem her auch hier ein sehr großer Markt, wobei man natürlich auch hier sagen muss, dass Medpeer seinen Fokus nicht darauf hat, sondern nur teilweise da tätig ist. Man erzielte zwar auch schon in dem Bereich Umsatz, aber man kann hier definitiv nicht den vollen Markt ausschöpfen. Dennoch sieht man schon, was das Wachstum angeht oder allgemein die Veränderung bezüglich der Marktgröße, wie es vor ein paar Jahren noch war, dass hier definitiv großes Potenzial vorhanden ist. Bekräftigt wird das Ganze auch, dass man eben vor Corona eine Umfrage gemacht hat. Es wird jetzt nicht explizit genannt, wann, aber da war es so, dass lediglich ca. 40% der Befragten eben Informationen über Medikamente und Behandlungen online haben wollten. Wenn hingegen jetzt im Januar 2021, also quasi während der Pandemie, liegt man hier schon bei 70%. Von dem her hat der Bereich oder allgemein die Interesse bezüglich dieses Geschäftsmittel deutlich zugenommen. Und dann sieht man hier auch im rechten Kuchendiagramm, dass 48% quasi den Online-Fokus beibehalten wollen. 30% wollen so eine Art Mischung draus haben und 22% wollen lediglich eben wieder zurück zur Offline-Welt, wo man seine Informationen erhält. Von dem her hat man hier schon erheblichen Zuspruch mittlerweile erlangt. So viel war es jetzt meinerseits zu den zwei Unternehmen. Ich hoffe natürlich, es war zumindest eines wieder dabei, was ihr noch nicht gekannt habt. Es würde uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr den Video einen Daumen nach oben gebt und unseren Kanal abonniert. Abschließend lässt sich nur noch sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.